Die Godot Engine 4.4 betritt ihre erste Beta und darin enthalten sind im Vergleich zu Development Snapshot 7 nochmal weit über 400 Änderungen an der Engine, gemacht von 140 Personen. Und da versteckt sich auch kleinere, aber auch ein großes Feature, was sich viele von uns seit vielleicht Monaten oder gar sogar Jahren für die Engine wünschen. Was ist es und warum ist es so schön? Ich bin der Truly Most Wanted und ich zeige dir jetzt ein Godot 4.4 Feature in wenigen Minuten erklärt. Lass gerne einen Like da, abonniere, wenn du mehr sehen möchtest und wir gehen direkt rein. Wir scrollen mal runter, wir haben hier unten nämlich die Highlights aus dem gesamten Update. Wichtig ist hierbei, nur der erste Abschnitt hier oben, neu in der Beta 1, beinhaltet die Änderungen von Development Snapshot 7 zur Beta 1 und hier unten drunter Breaking Changes, Animation, Audio und alles andere sind die Änderungen von Development Snapshot 1 bis 7. Das heißt, ihr könnt nochmal hier auf diesem Link alle Änderungen und großen Sachen eben von Godot 4.4 nachlesen. Da haben wir auch viele Videos zu und wir gucken uns mal jetzt hier oben die Änderungen in Beta 1 an. Und da gibt es ein großes Feature. Und dieses neue Feature ist Game Window Embedding, also Fenster einbetten in die Engine. Und das mag zwar ganz simpel klingen, aber das wünschen sich viele seit Jahren schon. Denn es geht darum, dass immer wenn wir auf den Play Button drücken, um unsere Anwendung zu starten, ein separates Fenster aufgeht. Jetzt ist es aber so, dass wir hier unten, wie auf diesem Bild zu sehen, das Game Fenster direkt in der Engine haben. Doch welche Einstellungen müssen wir dafür treffen und wie genau funktioniert das? Zum Erklären der Änderungen nutze ich hier eine ganz simple Szene, besteht aus einem Mesh als Boden und drei Boxen übereinander. Alles ganz normale Mesh Instanzen 3D und eine Kamera, mit der wir in die Welt schauen können. Und falls du es noch nicht wusstest, in der Godot Engine 4.4 musst du nicht mehr in die Preview gehen. Du hast hier oben rechts immer direkt eine Kamera-Vorschau mit im Inspektor, sobald du die Kamera-Node auswählst. Das nur am Rande. Aber worum es heute wirklich geht, ist hier oben der Game Tab. Denn was wir schon bereits kennen, sind hier einige Symbole auf der linken Seite. Diese paar grundlegenden Einstellungen möchte ich nochmal in diesem Video kurz zeigen. Wir gehen mal hier in den Play-Mode, dann sehen wir schon hier ein neues Fenster auftauchen. Und was jetzt ganz wichtig ist, hier oben die Buttons. Pause ist klar, pausieren. Aber das Game ist zwar angehalten, wir können jetzt mit dem Button nach rechts hierbei genau einen Frame nach vorne springen. Frame 1000, 1001, 1002, 1003 und so weiter. Mit den Buttons daneben, Input, erlauben wir, simplische UI-Elemente wie Buttons eben Input zu erhalten und auch die Unterstrich-Input-Methoden ihre Logik ausführen zu lassen. Wenn wir aber hier auf 2D oder eben auf 3D gehen, dann ist der Input auf den Notes jeweils deaktiviert. Und wir können jetzt Objekte aus unserer Szene einfach hier nehmen, wie hier oben den ersten Würfel. Und wenn wir ihn anklicken, taucht der hier auch im Inspektor der Engine auf. Und wir können ihn hier in der Remote-Scene konfigurieren. Das ist ganz wichtig. Remote-Scene in dem Fall, weil es die laufende Anwendung ist, sind wir hier in der Remote-Scene und hier drin bearbeiten wir die Werte. Es gibt auch noch eben diese Listen-Auswahl hier. Wenn wir hier unten hinklicken, wo der zweite Würfel den ersten verdeckt und auch den Boden verdeckt, dann können wir auswählen zwischen 3 Objekten. Dem zweiten Würfel, dem ersten Würfel oder dem Boden. Wir nehmen hier den Boden, der ist ausgewählt und dann auch hier im Inspektor bearbeitbar. Die beiden neuen Features aus der Beta 1 haben wir hier oben. Nämlich dieses Icon hier und zwar für das Bild-Seiten-Verhältnis und diese beiden Haken hier für das Einbetten des Fensters und ein Floatendes Fenster. Und ich zeige dir, wie das funktioniert. Wir lassen mal alle drei Sachen aktiviert und gehen mit dem Play-Button eben in den Play-Mode. Dann kriegen wir hier wie vorhin dieses Fenster nochmal und wir können nochmal kurz schauen. Wir haben hier oben rechts sogar die Größe des gesamten Fensters stehen und wir haben auch hier oben in der Tool-Leiste dieses Icon nochmal. Wenn wir das Bild-Seiten-Verhältnis unserer Kamera vergrößern wollen auf die Breite des Fensters, können wir es einfach hier deaktivieren und die Game-Kamera ist gezwungen, die Größe von diesem Fenster hier einzunehmen. Wenn wir das Ganze hier zu machen und dann nochmal hier in dem Fenster hier oben selbst das 3-Punkte-Menü nutzen und den zweiten Haken Make Game Workspace Floating on Next Play deaktivieren, dann sorgen wir dafür, dass beim Play-Mode jetzt die Anwendung direkt hier in der Godot-Engine in der Mitte drin landet. Und wir haben sie also jetzt hier in den Viewport eingebettet sozusagen. Die Größe finden wir auch weiterhin hier oben rechts mitgegeben. Und die dritte Variante, wie wir es kennen, wenn wir hier das Embedden deaktivieren, dann haben wir das gleiche wie von der Godot-Engine 4.0 bis 4.3. Wir gehen in den Play-Mode und kriegen einfach das Fenster unserer Anwendung. Wie gewohnt mit dem gleichen Rahmen, dem Fenstertitel hier oben, das ist alles, wie man es kennt. Damit haben wir also jetzt insgesamt drei Möglichkeiten, die Viewports zu nutzen, um einen Blick in unsere Anwendung zu erhalten. Und ich mache mal hier oben nochmal die beiden Punkte an und zeige dir gleich noch etwas, was sich aus den Socken hauen wird. Zum Zeigen habe ich gerade mal die Engine etwas kleiner gemacht. Wir gehen aber genau wie vorher wieder mit F5 oder dem Play-Button hier oben in den Play-Mode. Und wir haben hier unsere laufende Anwendung und hier dieses weiße Kamera-Symbol. Wenn wir hier die In-Game-Kamera überschreiben, dann sehen wir diese Perspektive. Nur welche genau ist das? Wenn wir hier oben in den Tab 3D gehen vom Godot-Editor, haben wir ja hier unseren Viewport und unsere Editor-Ansicht. Und das sieht doch schon ziemlich ähnlich aus, oder? Das Ganze hier unten sehr nah am Eckpunkt. Kann das hier die Kamera sein? Genauso ist es. Wir können jetzt nämlich die Remote-Scene, also das laufende Spiel hier, aus dem Blickwinkel des Editors betrachten. Alles was wir tun müssen ist, hier wie immer reinklicken, die rechte Maustaste gedrückt halten, die Maus ein bisschen bewegen und dann hier mit WASD herumfliegen, wie wir möchten. Und wir können mit dem Mausrad nach oben und nach unten auch unser Bewegungstempo noch anpassen und so den perfekten Winkel herausfinden, wenn wir zum Beispiel hier eben Licht und Schatten begutachten wollen. Und mal angenommen, wir hätten einen Tag-Nacht-Zyklus, dann könnten wir jetzt das Fenster hier groß machen, genau diesen Winkel hier beibehalten, den Aspect Ratio hier oben deaktivieren und einfach hiervon eine wunderbare Aufnahme, eine Timelapse, ein Video, ein GIF oder Screenshots machen, um unser Spiel zu präsentieren und ein Feature mit einem schönen Winkel einzufangen. Ziemlich cool, oder? Und damit hast du den kompletten Game-Editor in der Godot Engine 4.4 kennengelernt. Ziemlich viele Features, ziemlich praktisch und wie ich finde auch ziemlich cool, oder? Hast du davon ein Lieblingsfeature? Mein persönliches Highlight ist immer noch diese frei bewegbare Kamera und dass das Fenster jetzt wirklich in der Engine eingebettet werden kann. Wie geht es dir damit? Schreib es gerne mal in die Kommentare. Ansonsten lass gerne einen Like da, abonniere, wenn du mehr sehen möchtest und wenn du Fragen hast oder du Feedback geben möchtest, auch gerne in die Kommentare schreiben. Und sonst sehen wir uns hoffentlich zur nächsten Folge wieder. Ich sage vielen Dank fürs Zuschauen und bis dahin.